Leute, jetzt geht's los, ich kämpfe jetzt gegen Banks, es wird richtig heftig, seid auf jeden Fall gespannt, wer gewinnen wird, und ich sag euch ehrlich, ich werde mir richtig Mühe geben, und so viel kann ich schon mal sagen, wenn Banks wirklich verliert, dann kommt er in den Alpha-Clan, und das bedeutet, dass ich der Beste bin, hahaha, ich zeig's dem Ganzen, ey, und wisst ihr was, Timmy wird nie wieder fertig gemacht, das kommt davon, ich mach das alles nur, weil mich die ganzen Leute fertig machen, die ganze Zeit, und ich sag euch ehrlich, behandelt mich mit Respekt, und dann können wir weiterreden, deswegen, ich bin echt gespannt, wer gewinnen wird, Freunde, der hoffentlich verliert, Banks, der soll sich richtig anschneiden, und dann sehen wir mal weiter, ey, und dann, oh, da wird heute noch richtig kranke Sachen passieren, wir sehen uns gleich, Leute, ich sag euch ehrlich, es geht los, der Kampf beginnt, ich werde jetzt Banks auf jeden Fall herausfordern, Lofti, was willst du denn hier, ähm, alle, haha, na, was denkst du, wer gewinnen wird, ich oder Banks, sag mal ehrlich, Keine Waffe in die Hand nehmen, keine Waffe in die Hand nehmen, Totems weg, Schilder weg, hey, du hast selber ein Totem in der Hand, Und das ist safe mein Totem, sei ehrlich, Nein, also Banks, Ich forderdreh dich hier mit heraus, Junge, und wenn ich gewinne, dann bist du im Alpha-Clan, und, äh, Alpha-Style, was passiert, wenn ich verliere, Ach ja, das haben wir ja noch gar nicht ausgemacht, Dann fliegst du aus dem Alpha-Clan raus, Ähm, das war beschlossen, ja, Okay, Deal, Deal, Dann gehörst du wieder zu Team Diamant nämlich, Äh, Team Diamant-Tipps noch, was? Ja, 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 Wusste ich gar nicht, Ich bin da undercover unterwegs, Ja, okay, und, äh, der Kampf findet in der geheimen Base statt, okay? Und da sind wir, Da sind wir auch schon in der Alpha-Clan-Base, haha, Siehst, was gesichert am Kapitzen, Ich kenne ja diese Videos mit Random-Blog-Challenge, wo so jeder Blog random ist, so sieht die aus, Der ist nicht random, Das ist alles grundsätzlich gebaut, ja, Was für ein random Block, was für ein random Block, ey, Einfach schein, den gibst du einmal, Genau, Sorry, sorry, Und weißt du was, Siehst du das A hier unten, Das ist alles aus Laber hier, Aber Banks, Aber warte, ich will noch eine Regel machen, eine Regel, Okay, und die wäre? Es gibt keine Regeln, wir sind hier die Regeln, Du bist hier in unserem Haus, Du bist der Gast, Ja, ich hab da schon was vorbereitet, musst du nicht, Ja, klar, Also, wenn man verliert dann, Also, man kriegt aber seine Sachen wieder, Warte mal, Banks, denkst du, wir kämpfen hier? Ja, Nein, komm mal mit, ich zeig dir erstmal, wo's lang geht, haha, Und was ist das denn für den Weg hier? Das ist hier das Gefängnis vom Alpha-Clan, haha, Black Chick kennt sich hier schon aus, Genau! So, komm mal mit, geh mal vor, Banks! Boah, wie groß das hier ist, Leute! Ich weiß, will ich wirklich vorgehen, okay? Ja, du gehst vor, hier gibt's keine Falle! Geil, Alpha-Clan-Base ist das dort, Ihr habt uns zu zerstören, Sie dachten, wir sind schwach! Richtig, ihr dachten, wir sind schwach, aber wir sind richtig stark! Wie ist die Obsidian denn? Schaut euch das an, es geht immer weiter und weiter! Let's go, let's go! Oh, das ist krass! Und in die Kampf-Arena, haha! Let's go, Alter, ich setz mich in erstmal! So, hier kannst du dein, äh, hier schlafen legen, guck, so! So, ich bin für Timmy, ich setz dich hier, hier ist Timmy's Seite! Ich glaub, wir müssen rüberkampf! Oh, guck mal, Timmy, hier, ich hab was ganz besonderes für den Kampf! Hey, nimm den sofort weg, Mann! Hey, denkst du dir! Oh, wie schön! Nein, der ist nicht schön! Stell die Älteste! Komm, nur um falsche Erinnerungen hoch, so! Das ist dein altes Ich, wo du noch ehrlich warst bei Team Diamant, ey! Team, ihr wisst! Du meinst die Werde! Ist so, Junge! So, Bangs! Hey, ist jetzt Team Diamant oder was? Ich weiß, hier ist auf jeden Fall nicht im Alpha-Clan! Team, wir müssen uns gleich auch holen! Ähm, pscht, pscht! Bist du bereit, Bangs? Ich bin ready! Hä? Hä? Ja, besser ist es! Spielst du nicht mit Meta-Ride-Rüstung? Oha! Ich dachte, du spielst mit Meta-Ride-Rüstung! Ich bin viel Diamant! Okay, Leute, hier müssen wir hin! Ja, äh, Alpha-Stein! Wie, äh, ihr spielt heute heute Gast, Benson und, äh, Water White, äh, wie heißt du? Was? Blackjack ist nass! Äh, Blackjack! Ihr seid hier die Gäste in unserem Haus! Hier herrschen die Regeln vom Alpha-Clan! Sollt hier irgendjemand gleich schummeln, dann müssen wir uns leider hier einen Angriff leisten! Genau! Und den Kampf stoppen! Richtig! Ich werd' dich fertig machen, Bangs! Genau! Ja, und du kennst noch einen Funwender, oder was? Ist das hier die Arena? Das ist die Kampf-Arena, ja! Ah, okay, ich dachte, das ist nur so ein Vorraum! Das ist jetzt die richtige Arena! Hier wird's ernst, man! Hier wird's richtig ernst, ey! Wir müssen seitensauschen! Ja, okay! Alpha-Clan! Alpha-Clan! Hä? Kommt das her! Alpha-Clan! So! Alpha-Clan! Bangs! Bist du bereit? Ich bin bereit! Ja, gut! Dann... Wirklich! Let's go! Alpha-Stein, fang du an! Zeh runter, dann geht's los! Oh! Nimm da den Bogen weg erstmal! Wo ist das denn jetzt? Los, los! Zehn, neun, acht, sieben, fünf, vier, drei, zwei, eins, los! Angriff! Angriff, Junge! Komm her! Let's go, Tippi! Pack das! Ich pack das richtig! Für den Alpha-Clan! Für den Alpha-Clan! Für den Alpha-Clan! Gar keine Chance hast denn, Tippi! Dann musst du dir mal einen neuen Superheldenanzug anziehen hier! Hä? Tippi, viele Herzen! Ich hab noch richtig viele Herzen! Hä? Was war das? Was war das? Was war das? Oha! Habt ihr TNT platziert oder was? Ich hab hier nix platziert! Ehrlich! Was war das denn? Hä? Wir haben nix damit zu tun! Wir haben nix damit zu tun! Wir haben nix damit zu tun! Alles ist fair! Los! Komm! Hey! Oha! Guck mal! Hey! Deine Creeper-Mot ist da nicht! Deine Creeper-Mot ist da nicht! Was machst du da? Banks, Junge! Ich hab welche Entfallen, die ihr platziert habt! Banks, was soll das? Ich hab die Creeper-Mot! Ich kenn das! Ehrlich? Ich hab mal den die Hilfe! Nein! Oha! Pass auf! Der Schummeln! Der Schummeln! Der Schummeln! Der Schummeln! Wenn du eingreist, greife ich auch mit ein! Der Schummeln! Okay! Benson! Der hat irgendein Mord installiert! Ey! Benson! Alpha-Clan! 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 Das ist kein fairer Kampf! Du treibst dich von schwer an, Junge! Jetzt kämpfen wir alle mit, oder wie? Nein! Wir müssen beide kämpfen! Ist doch logisch! Ich geh zu weit, weil du es geschult! Ich hab's gesehen! Ist so, Junge! Gar nix hast du gesehen, Alpha! Warte mal die Augen zu! Das ist euer Kampf! Ich lass euch weiter kämpfen! Komm her, Bengsen! Du kannst nix, Junge! Diamant-Clan! Diamant-Clan ist ein Loser-Clan! Genauso wie Lotus-Clan! Ne! Das nimmst du zu! Du warst selbst im Team Diamant noch vor der Woche! Nö! Diamant-Clan ist ein Loser-Clan! Und ich hoffe, dass du... Hä? Hä? Nix, Bangs, Junge! Nix, Bangs, Junge! T-Berne! Mit deinem komischen Pfannenbender! Du hast eh keine Chance! Mann, der macht gefühlt gar keinen Schaden, kann das sein? Ich geh mit meinem Schwert, ey! Scheiß auf den Pfannenbender! Nein! Was soll das? Nieder mit T-Berne! Ich dachte, du spielst mit deinem komischen Pfannenbender! Hä? Traust du dich nicht, oder was? Ja, ist doch schwieriger! Ich glaub, meine Rüstung ist gleich kaputt, Timmy, ey! Meine ist nicht down! Ne, ne! So leicht geht das nicht! Ey, bleib da drüben, Junge! Hä? Ja, Krimack ist wo der Stubler! Ey, warum spannst du sowas? Alter, ich hab übelst den Bogen mit Kassi, ja, die Bogen und alle! Oh oh! Ey, du hast Krimack ist wo, ich hab's gesehen! Oh, auf dich, Junge! Na, musst du Goldnipp fassen? Einfach da, nimm den Bogen weg! Ich dachte, du bist so gut, Junge! Hä? Ich explodiert das immer die ganze Zeit! Alfa Clan! Alfa Clan! Wie machen das? Kriegst du überhaupt Schaden, sagst du? Ja, klar krieg ich Schaden! Ich krieg richtig Schaden! Was ist denn mit dir? Oh, voll klein! Oh, voll klein! Alfa Clan! Alfa Clan, Junge! Hey, Alfa, hab ich immer von hinten zu hinten! Was? Mach ich gar nicht! Nein! Ich bin hier fair! Das ist ein fairer Kampf! Haha! Wo kommen die Creeper-Sound, Sam, Mann? Wieso höre ich Creeper-Sound? Ich weiß auch nicht! Ey, du musst schon wieder ein Gold abfesten! Oha! Ey, ich ess noch Gold in Karot! Ich hab keine Gold in Karot! Ach, was? Du hast keine Gold nicht für mehr? Let's go! Hey, Alfie! Dann kann ich dich ja richtig schön angreifen! Ich schiebe alles auf dich! Ja, mein Schumbler! Blackjack, raus! Hey, du bist aber Goldäpfel! Ich hab gar keine Goldäpfel überhaupt! Hey, natürlich hast du Goldäpfel! Die hab ich überhaupt nicht! Hä? Ich dachte, wir schieben mit Goldäpfel! Hey, Alfie! Hey, Alfie! Blackjack, hilf mir! Nein, überhaupt nicht! Die kämpfen alle jetzt plötzlich! Was redest du? Ich kämpfe nur alleine gegen dich! Hey! Hey! Oha! Hey! Blackjack! Ja! Das ist voll unfair! Wer ist jetzt wer? Hey! Wo bist du? Wengs, Junge! Trau dich! Hä? Fannbänder, der macht gottes Mama! Was für Fannbänder? Das Ding ist übel Kacke! Ja, das kommt davon! Wenn du sponsst von seinem Fannbänder Klaus, ey! Ich hab ein großes Problem! Warum? Hä? Ja! Ja! Oh mein Gott! Was? Wir haben gewonnen! Ja! Alpha Clan! Alpha Clan! Ja! Alpha Clan! Sammelt deine Sachen rein! Stopp! Stopp! Wir haben schon gewonnen! Wir haben schon gewonnen! Was? Ich muss mich schnell heilen! Alter, war das knapp! Ey! Das war richtig krass! Das war's Benson! Das heißt, du weißt jetzt was es bedeutet! Benson! Was ist denn da mal explodiert? Sag mal! Weiß ich nicht! Ich weiß nicht was das war! Warum nicht weißt du das? Ey! Du hast richtig gut gekämpft! Ehrlich! Krass! Du machst eine Mordfrau benutzen Cheater! Denkst ist im Alpha Clan! Yeah! Ja! Ja! Alpha Clan! Ja! Mein Helm ist kaputt! Hä? Meiner auch! Die ganze Rüstung ist kaputt bei mir! Ich hab doch Schuhe von dir Benson! Da könnt ihr euch reparieren kostenlos! Achso! Nee! Er ist richtig kaputt! Er ist weg! Guck mal was ich in eurer Kiste gefunden habe! Geil! Ey! Das ist meine! Das ist mein Willkommensgeschenk! Achso! Ja! Kannst du beiden! Das ist jetzt Obers! Warte! Aber die haben die hier! Was? So! Nein! Nie meins! Du kannst das jetzt für die, die du willst machen! Wir haben die Raketen! Genau! Ich brauche auch ein paar Raketen! So! So! Aber da haben wir jetzt einfach ein paar Raketen! Kleinmitglied bist! Gib ich dir schon mal die Banner! Ja! Die muss jetzt alle in deinem Haus aufhängen! Ganz wichtig! Und du musst uns die Toten fahren überlassen! Aber ich wohne an der Krümelküsse! Das muss erstmal Geheimnis bleiben! Oh! Da wird das Haus gesprengt! Ja! Ja! Dann versteckt ihr einfach hier! In der Base ist ja auch dein zweites Zuhause! Fühle ich auf jeden Fall wohl! Bin die nicht überall! Ähm! Und Timmy! Ja! Alpha Stein! Ich muss gleich auch noch mal reden! Ich bin weiter in dem Alpha Clan! Ich habe gewonnen! Timmy! Ich habe eine Info! Flauschi hat mir erzählt, dass Alpha vor den Kampf gesprochen hat und meinte, dass Timmy eh rausgeschmissen wird! Was?! Timmy! Warte! Ich wollte mit dir draußen gehen! Timmy! Ich wollte mit dir kurz draußen reden gehen! Gut! Ich komme mit! Timmy! Komm mit deine Rüstung kurz! Ähm! Ich... Du hast die komplette Rüstung kurz! Nein! Das mache ich nicht! Ich möchte mein Schild haben schonmal! Äh! Warte! Hier hast du dein Schild! Mein Schild möchte ich von dir haben! Hier! Wahrscheinlich! Warum machst du das? Ich habe gegen ihn gewonnen! Das war fair! Ja! Timmy! Ich habe gesehen, du hast richtig gut gespielt! Danke dir! Das war voll schwer! Der ist ein richtig guter Gegner! Ja! Ich habe dir auch versucht, ein bisschen zu helfen! Aber ich hoffe, er hat es nicht gesehen! Hehehehe! Wohin gehen wir eigentlich? Nur zum Eingang! Achso! Okay! Und was willst du dann mit mir machen, Alpha Stein? So, Timmy! Du weißt doch! Wir sind Brüder! Na klar! Du kannst mir vertrauen! Du kannst... Immer wenn du Items brauchst, gebe ich dir Items! Wenn andersrum! Ey, Banks! Kack, wenn du rausgehst! Okay! Das lässt niemand zeigen! Okay! Aber erst mal undercover! Wir melden uns! Ja, okay! Nee, offiziell! Timmy! Lass dich nicht killen! Ja! Nein! Timmy! Das ist jetzt Alpha Stein! Ja! Wir müssen das jetzt klären! Was denn? Ich habe doch alles richtig gemacht! All das, was du wolltest! Ich habe alles in die Luft gejagt! Du kannst richtig stolz auf mich sein! Ja, Mann! Ja! Für den Alpha Clan! Ja! Alpha Clan! Ja! Alpha Clan! Hä? Alpha Clan! Alpha Clan! Ja! Erzähl jetzt Alpha Clan! Ja! Der Alpha Clan steht momentan in einer sehr schlechten Position! Es wird immer in den YouTube-Kommentaren viel schlechtesten bei uns berichtet, dass ganz viel gesprengt wird! Ja! Über mich eigentlich nur! Ja! Ähm! Wir können nicht mehr mit diesen Vorurteilen leben! Wir wollten eigentlich Frieden auf der Insel! Und es gibt eine Person im Alpha Clan! Die hat hier ein bisschen viel Böses angerichtet! Ich weiß wer! Das war Lofti! Ähm! Ja! Lofti hat alles in die Luft gejagt! Ja! Stimmt doch gar nicht! Lofti wollte auch, dass ich alles spreng! Timmy! Nein! Spaß! Ja! Das ist alles meine Idee gewesen! Ja! Lofti wollte ich sagen! Er hat es schon wieder gelogen, Alter! Ja! Schon wieder! Timmy! Das geht nicht mehr! Das war ein Frank ey! Was ist denn jetzt Alferstein? Was willst du mir denn sagen? Also weißt du aber, als wo ich doch Blackjack besiegt habe, wer hat die deine ganze nächste Rüstung gebracht? Wer war das? Ähm! Ich glaub du! Und ich wollt fragen, kannst du mir die jetzt wieder ausbauen? Ich brauch die kurz! Was redest du da? Ja! Ich muss gleich in den nächsten Kampf! Ich brauch deine Rüstung! Och man! Ja! Oh! Die ganze Ausrüstung! Yeah! Warum? Ich brauche nicht! Ich bin doch sonst ungeschützt! Bitte! Du bist doch jetzt sicher! Wir sind hier im Alpha klar! Das wird ja nichts passieren! Wir sind hier im Alpha Gebäude! Das ist doch alles sicher hier! Wir sind nur für eine Minute, Timmy! Nur für eine Minute, ja? Ja! Läger nicht! Okay! Da bist der Kampf vorbei! Sehr gut! So, Timmy! Ja? Wo ist nochmal dein Minecraft-Bett, womit du respawnen kannst? Ähm! Weiß ich nicht! Irgendwo! Ich wollt mein Bett jetzt auch in die Nähe stecken! Warum? Hä? Warum bist du jetzt nicht? Die müssen zusammen in einem Raum immer spawnen! Das ist wichtig! Mach mal ein Bett irgendwo hin! Dann machen wir hier unser Bett hin! Dann ist doch da vorne! Hast du da nicht gespawnt eben? Nee, nee! Hab ich nicht! Ja, dann geh ich kurz hin! Warte! Warte! Ich folg dir! Timmy! Wir haben aktuell schlechte Zeiten! Hey! Was machst du da? Und ziehst du auf mich? Einfachstein! Hey! Ich bin unbewaffnet! Hilfe! Hallo! Was machst du da? Der Einfachstein ist zu voll! Es liegt nicht an dir wirklich, Timmy! Du hast nicht falsch gerecht! Ist das dein Ernst? Ist das dein Ernst? Einfachstein? Ich hab alles getan! Mann! Ich hab sogar gegen Binks gekämpft und hab gewonnen! Ey! Und jetzt konntest du mir so verabschieden? Nein! Warum? Wir wollten dich schon früh rausschmeißen, Timmy! Du musst verstehen! Du pass hier einfach nicht zu uns rein! Nein! Deine ganze Burei! Alles was du dir auf der Info machst! Das gehört nicht zum Einfachstein dazu! Ey! Bitte mach das nicht! Mann! Ich hab sogar einen Toten weggelegt! Ehrlich! Ich werd wieder gut! Okay? Ich versprechs dir! Mach nichts Falsches jetzt! Bitte! Du willst versprechen? Hey! Ich will mich bessern! Ja! Ja! Guck mal dein Bett ist weg! Ja! Was? Hey! Mein Bett ist weg! Nein! Hey Leute! Macht das Bett wieder hin! Ey! Mach das Bett wieder hin! Bitte! Nein! Nein! Leute! Nein! Nein! Was ist das denn jetzt? Ey! Leute! Das kann nicht sein! Das kann nicht sein! Was hat denn jetzt Eiferschein? Oh! Als ob jetzt Eiferschein auch böse geworden ist! Wir haben alles verloren! Ey! Nein! 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 Ich hab da noch ein paar Sachen drin, Freunde! Das sind unsere letzten Sachen! Das kann doch nicht wahr sein! Nein! Warum macht Eiferschein sowas? Wie warte! Was warte! Wieso? Mann! Eiferschein! Du Verräter! Du hast mir alles genommen, Junge! Und jetzt? Jetzt bin ich hier nicht, wenn ich dachte Alphaklan hält zusammen! Ey! Was soll das? Du bist selber dafür verantwortlich, Timmy! Du hast erst einmal zuzuschreiben, Mann! Ich war der stärkste Alphaklan mit dir! Ich hab das getan, was du dir nie getraut hast! Nein! Weil du verliebt warst im Flauschi! Ja! Nimm mich! Das muss auch mit einem Voting! Ich wurde nicht gefragt! Ich bin doch auch vollwertiges Mitglied! Stimmt! Nein! Ja, siehst du? Gegenweis! Ihn rauszuschmeißen oder was? Ja! Du hast ja entscheidend, du die obersten Mitglieder, Benson! Du bist erst mal ein neues Mitglied! Du hast dir doch gar nichts zu entscheiden! Ehrlich? Du hast dir nichts zu melden! Ey! Wir waren auf einer Seite! Los! Nimm jetzt den Banner in die zweite Hand! Zuvor! Nein! Ich will nicht raus sein! Leute! Ihr wisst genau, was passiert ist! Du bist draußen, Timmy! Ja, pass auf, ey! Nicht schießen! Nicht schießen! Bitte, ey! Dann gib mir wenigstens meine Sachen zurück! Aber ich bin nicht mehr... Ich mache nichts mehr! Ich bin nicht im Alpha-Clan! Okay? Die nächste Eindrüstung war von mir, Timmy! Du hast es vergessen! Die behalten wir jetzt! Wir müssen Bansons weitergeben! Warum steht da dann Timmys Panzer und so? Und Timmys Nike Air Jordan? So habe ich das nämlich genannt! Du hast unbedannt! Wir nennen es denn zu Bansons! Ein Timms! Warte mal, ich habe hier ein paar Sachen für dich! Äh! Was? Hey! Timmys Air Force! Timmys Replayhose! Timmys Panzer! Timmys Replayhose! Musst du mit den nächsten Mal in Sachen rumlaufen! Och man! Leute! Endlich auch mal den Styler! Sehe ich auch so cool aus wie Timmy! Yeah! Alpha-Clan! 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 Es ist vorbei, Timmy! Mach den Abzug jetzt! Nein! Nein, Leute! Bitte! Alterschweinigkeit! Tausch 10 Goldäpfel gegen irgendeine Rüstung! Bitte! Oder Raketen! Wir schauen mal noch, was wir so für dich haben! Aber jetzt kriegst du erstmal gar nichts! Alterson zieh dich! Du bist raus aus dem Alpha-Clan! Was? Ach man! Ja! Okay, Leute! Haut rein! Jetzt bestärke den Geh mit Benson! Alpha-Clan! 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 Ja! Tschüss! Tschüss! Ey! Ey Leute! Was sollen wir denn jetzt machen, man? Als ob alles umsonst war! Ja! Dann ist das jetzt hier mein neues Zuhause, Leute! Super! Cooles neues Zuhause! Ich habe sogar einen unterirdischen Tunnel! Keine Ahnung, was das hier ist! Leute! Was soll ich jetzt machen, eurer Meinung nach? Wir haben gegen Bangles gewonnen und jetzt kommt mir Alpha-Stein so! Soll ich ihn richtig fertig machen? Oder soll ich mich einfach entschuldigen bei jedem? Ich weiß nicht! Ey! Das war auf jeden Fall das Richtige, was ich getan habe! Und ich sage euch ehrlich! Entweder werde ich viel stärker da rauskommen! Oder Timmy verlässt ein für alle Mal die YouTuber-Insel! Das kann auch sein! Eins von beiden wird passieren! Wir sehen uns bald wieder, Leute! Haut rein! Tschüss! Euer Timmy!